Das freut mich sehr und ich möchte Ihnen ein bisschen was erzählen, denn in diesen Wochen ist natürlich viel passiert und unter anderem wurde ich in einem Interview gefragt, warum machen Sie eigentlich Wissenschaftskommunikation? Und da habe ich gedacht, das ist eine gute Frage und habe darüber nochmal ein bisschen nachgedacht, denn wenn wir ehrlich sind, gibt es ja Leute, die dafür Profis sind und wir sind nur Laien, denn die Kommunikation selbst haben wir ja nicht gelernt. Brauchen wir also wirklich aktive Wissenschaftlerinnen in der Wissenschaftskommunikation? Also meine Wissenschaftskommunikationserfahrung hat ziemlich früh angefangen. Diese Bücher hatten wir zu Hause. Damals, liebe Kinder, meine Kinder sind heute auch da, da gab es noch nicht so viel Kinderfernsehen und das war so eins der wenigen Sachen, die wir sehen konnten. Löwenzahn, das YPS-Magazin, vielleicht auch mal die ein oder andere Mickey Maus, wo man ein bisschen was lernen konnte. Und als ich dann älter wurde, habe ich natürlich Abos gehabt von der Bild der Wissenschaft, Spektrum der Wissenschaft. Und auch heute noch folge ich gerne Wissenschaftsjournalisten, die mit ganzem Herzblut dabei sind. Und Lars Fischer ist einer von denen, den ich auf Twitter folge. Chemiker mit Leib und Seele, Wissenschaftsjournalist, der auf sozialen Medien eben auch dafür Werbung macht, für seine Artikel, für seine Sichtweise. Der versucht uns zu erzählen, wie die Klimakatastrophe aussehen könnte und sich einsetzt. Und auch in der Digitalisierung gab es vor zehn Jahren eine kleine Insel von Leuten, die das wirklich gut gemacht haben, nämlich bei Spiegel Online. Da war Konrad Lischka und ich war sehr stolz, als er eine von unseren Pressemitteilungen in Heidelberg aufgenommen hat und tatsächlich über meine Forschung geredet hat. Und Christina Elmer war damals die Chefin von der Digitalisierungssparte bei Spiegel Online und die haben ihren Job wirklich gut gemacht. Und da habe ich gedacht, damit kann ich mich zufrieden geben, immer mal wieder eine Pressemitteilung machen. Ich komme selber aus dem Journalistenhaushalt. Ich hatte mir das Leben als Forscherin also ein bisschen ruhiger vorgestellt. Meine Pressemitteilung hier und da und wenn man Glück hat, dann wird das von einem kundigen Wissenschaftsjournalisten-Team aufgenommen und dann kann man natürlich noch mal ein Interview geben oder so. Ja, und Sie haben es schon gehört, 2011 ging es dann los mit Büchern wie die Filterblase. Und 2011 bis heute haben wir unzählige Diskussionen, Panels zu diesen Themen gehabt. Gibt es diese Filterblase nun oder nicht? Und es gab nicht so viele Wissenschaftsjournalisten oder Journalisten im Allgemeinen, das ging jetzt plötzlich in die Feuilletons, die sich mit diesen Themen auskannen. Und ich habe von damals keine Headlines mehr gefunden. Das ist noch viel schlimmer. Ich habe eine von vorgestern und die zeigt Ihnen das ganze Ausmaß. Republican Senator wants Google and Facebook to have algorithm-free options. Ich bin Ihnen so dankbar, dass Sie lachen. Wenn Sie den Witz nicht verstanden hätten, hätte ich nochmal bei AVI-Algorithmus anfangen müssen. Das geht natürlich nicht. Wenn wir Millionen, Milliarden von Webseiten haben und die durchsuchen wollen, dann braucht es Computer, die das tun. Es ist klar, was gemeint ist. Das wirklich Irritierende an dieser Schlagzeile ist, dass auch in dem Artikel von Bloomberg, ja nun auch keiner kleinen Klitsche, nicht einmal drinsteht, dass das völliger Unsinn ist. Und das macht mir wirklich Sorgen. Und dann denkt man, vielleicht muss ich da doch mal ran. Vielleicht gibt es so Themen, über die wir mitreden müssen. Da ist einfach eine Lücke. Es sind nicht genügend Journalistinnen und Journalisten da, die diese Themen schon so weit durchdrungen haben, dass sie so einen Unsinn aufdecken können. Also, Wissenschaftskommunikation braucht aus meiner Sicht aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dann, wenn Sachthemen nicht oder nicht korrekt, nicht richtig behandelt werden und da einfach noch nicht genügend Journalistinnen nachgewachsen sind, die diesen Inhalt vermitteln können. Und auch da muss ich sagen, so einen Preis, den gewinnt man ja nicht alleine, sondern ich habe mit unglaublich vielen Menschen zusammengearbeitet und ich werde Ihnen im Verlauf meiner Dankesrede ein paar von Ihnen vorstellen. Das ist Martin Gora von Wissenschaft im Dialog. Mit dem haben wir schon einige Diskussionsformate jeweils rund um die Wissenschaftsjahre gemacht. Und das ist ein Profi und die sehen halt, wo sind Lücken, wo sind Inhalte und suchen dann Personen, die das führen können. Auch Ingrid Scheithauer, die ein ganz wunderbares Format geschaffen hat, nämlich die sogenannte LPR Forum Medienzukunft. Eine unglaublich weitsichtige ehemalige Journalistin, die schon 2009 Themen hatte wie Netzgesellschaft auf der linken Seite, Netz und Neuronen, Netz, Verfassung, Wähler im Netz. Ja und die hatte jetzt die Idee 2016, ich könnte auch mal was erzählen zu Ethik und Algorithmen. Jetzt muss ich sagen, als Informatiker haben wir genau so viel Ausbildung zum Thema Ethik. Zu Algorithmen kann ich was sagen. So, Ethik und Algorithmen, wie mache ich denn das? Ich zeige Ihnen mal die erste Folie von diesem ersten Vortrag zum Thema Ethik und Algorithmen. Hauptsache Aristoteles ist klar und deutlich zu sehen. Dann weiß jeder, es geht um Ethik. Mit dem Text bin ich ganz zufrieden. Ist ein Algorithmus überhaupt etwas, das handeln kann? Braucht es Verantwortungsbewusstsein oder nicht? Aber ganz ehrlich, wenn wir nur auf diesem Niveau reden, ich habe keine echte Ahnung von Ethik und danach gehen Sie raus und haben keine echte Ahnung, was Algorithmen sind und wie die handeln oder was sie tun und was sie nicht tun, dann ist niemandem geholfen. Das Was reicht nicht aus, sondern Sie brauchen auch ein Wie, eine neue Form. Wissenschaftskommunikation braucht daher aktive Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, um neue Erkläransätze zu finden. Denn sonst lesen Sie noch mal im Feuilleton, dass Algorithmen sind wie Kochrezepte. Und das ist nicht ganz richtig. Das ist keine gute Analogie und sie wird Sie auf die falschen Pferden locken. Und deswegen braucht es uns an diesen Stellen, um auch über die Form nachzudenken. Naja, und das will ich jetzt mal mit Ihnen gemeinsam machen. Und dazu brauchen Sie alle diese Broschüren, diese Umschläge, die Sie bekommen haben. Sie brauchen nicht nur die Broschüre, sondern auch dieses kleine Holzstäbchen und zwei Klebestreifen. Wenn ich auf Twitter schreibe, ich schaschlik Spieße heute mal wieder, dann ist es genau diese Übung, die wir jetzt gleich zusammen machen werden. Ich möchte Ihnen erzählen, wie die Ethik tatsächlich in den Rechner kommt. Frau Griem hat es schon gesagt, wir kümmern uns vor allen Dingen um Software, die über Menschen entscheidet, die auch tatsächlich in den USA vor Gericht schon eingesetzt werden. Das sind sogenannte Rückfälligkeitsvorhersagealgorithmen. Das sind Algorithmen des sogenannten maschinellen Lernens. Der Computer soll also etwas lernen. Und das ist die Basis für das, was wir heute leicht übertrieben künstliche Intelligenz nennen. Und wie das funktioniert, ist im Wesentlichen so. Stellen wir uns vor, dass diese Smileys alles Menschen sind. Und laut Geheiminformationen können wir bei allen Menschen einfach zwei Hormone messen im Blut. Kriminulin und Sanftosan. Und dann können wir uns angucken, welche von diesen Personen tatsächlich schon verurteilt wurden als Kriminelle und nicht. Und per Auge sehen Sie jetzt schon, dass es da anscheinend ein Muster gibt. Und Algorithmen des maschinellen Lernens sind verschiedene statistische Verfahren, die versuchen, diese Muster in den Daten zu finden. Und eine der einfachsten Methoden, um das zu tun, oder eine, der auf jeden Fall für dieses Beispiel am einfachsten ist, ist eine sogenannte Support Vector Machine. Und Sie werden jetzt meine Support Vector Machine sein. Denn oftmals verbindet sich hinter einem großen Namen eigentlich gar nichts Schwieriges. Sie werden jetzt also diesen Schaschlikspieß so auf den Daten anbringen, dass Sie finden, dass die roten Smileys möglichst gut von den grünen Smileys getrennt sind. Also möglichst sortenrein. Wenn Sie damit zufrieden sind, dann einfach festkleben, rechts und links. Also den Schaschlikspieß nehmen. Hier in der ersten Reihe nicht einfach durchknicken. Dann geht es zwar schöner, aber nichts da. Ja, siehst du, das sieht doch schon sehr schön aus. Hier wird wieder abgeguckt. Nichts da. Es wird natürlich nachher bewertet und Sie bekommen alle ein kleines Zertifikat. Da können wir auch EFCS-Punkte haben. Da vorne wird noch diskutiert. Eine Support Vector Machine versucht, es ist ein Verfahren, das versucht, Trennlinien zwischen zwei verschiedenen Gruppen. Oder auch mehr verschiedenen Gruppen zu finden. Und wir nennen das Trainieren. Und Sie alle haben jetzt durch das Festlegen dieser Linie Ihre persönliche Support Vector Machine trainiert. Sie haben eine Entscheidungsregel gefunden. Sie haben eine Entscheidungsregel gefunden. Denn ich stelle Ihnen jetzt Frau Müller vor. Frau Müller hat 5,5 Mikroliter Sanftosan im Blut und 4 Mikroliter Kriminolin. Sie sitzt da. Also auf der X-Achse bis zur 5,5 gehen und dann vier Kästchen nach oben. Hier vier Kästchen nach oben. Da ist das X. Finden Sie Frau Müller bei sich und stellen Sie fest, ob Frau Müller auf ihrer grünen Seite liegt oder auf ihrer roten Seite von dem Stäbchen. So, wenn Sie alle Frau Müller gefunden haben, bitte ich um Handzeichen. Wer hält Frau Müller für eine unschuldige Bürgerin? Das sind ziemlich viele. Wer hält Sie für eine Kriminelle? Das sind auch welche. Die Nasenspitze entscheidet. Wie konnte das passieren? So eine klare Ansage. Naja, war nicht so klar. Ich habe nur gesagt, machen Sie mal so, wie Sie denken. Und tatsächlich, so wäre das, das ist so meine Standardlinie, die ich legen würde, macht ja jede Linie Fehler. So, und zwar zwei verschiedene Arten von Fehler. Einmal haben wir bösartige Kriminelle. Das sind die Quadrate unter der Linie. Und wir haben unschuldige Bürger, die für kriminell gehalten wurden. Und tatsächlich gab es keine Linie, die sie perfekt hätten durchlegen können. Das heißt, sie müssen sich entscheiden. Und selbst wenn wir jetzt angenommen hätten, dass beide Fehlersorten gleich schlimm sind, dann hätte es immer noch drei verschiedene Linien gegeben. Und aus didaktischen Gründen sitzt natürlich Frau Müller genau zwischen diesen Linien. Deswegen gibt es immer welche, die sie für kriminell halten. Also erste Lektion. Selbst wenn wir uns ziemlich gut darüber unterhalten hätten, was ein Fehler ist, wie das zu gewichten ist, dass wir das optimieren wollen, hätten wir immer noch auf unterschiedliche Entscheidungsregeln kommen können. Und das passiert tatsächlich auch in echt. Ja, aber noch viel wichtiger ist die Frage, sind denn überhaupt beide Fehler gleich zu bewerten oder nicht? Nun, ja, darüber kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein. Und William Blackstone, ein Rechtsphilosoph von 1760, sagt, Andere Personen der Weltgeschichte sehen das ganz anders. Das ist der Ex-Präsident Dick Cheney in einem Interview zur Legalität von Guantanamo Bay befragt, I am more concerned with bad guys who got out and released than I am with a few that in fact were innocent. The few, die wenigen, die dann vielleicht möglicherweise unschuldig seien, schätzt man heute so auf 25%. Die beiden würden also ihr Stäbchen sehr unterschiedlich legen. Und die Message an sie ist, egal wie sie ihr Stäbchen gelegt haben, sie haben eine moralische Entscheidung getroffen. Sie haben nämlich abgewogen, wie sie diese Fehlertypen für sich bewerten. Und vielleicht wäre das anders ausgegangen, wenn es um Terroristen und unschuldige Bürger ginge, oder um Kriminelle, von denen die eine Sorte wieder rückfällig wird und die andere zwar auch kriminell war, aber nicht mehr. Das heißt, diese moralischen Entscheidungen sind ihre Entscheidung. Und sie können es uns als Informatiker sagen, wie sie es haben wollen. Dazu brauchen sie kein technisches Wissen. Und das ist eigentlich meine Hauptbotschaft. Sie alle werden mitgestalten können, wenn sie es wollen. Denn die technischen Anteile, die sind gar nicht so kompliziert. Aber diese Entscheidung, was sie für richtig halten und wie sie wollen, dass die Maschine entscheidet, das müssen sie mit uns zusammen machen. Denn wie gesagt, Ethikausbildung in der Informatik ist nicht so unser Hauptding. Also, was durch eine künstliche Intelligenz optimiert werden soll, ist eine gesellschaftliche Entscheidung. Das Wie entwickle ich natürlich nicht nur für solche Vorträge, sondern auch, wenn Dr. Kribel auf mich zukommt und sagt, Mensch, ich will da so eine Ausstellung machen. Sie ist Kunsthistorikerin und hat auch herausgefunden, dass sie etwas tun muss, damit Menschen verstehen, was Big Data ist. Und ich hatte die große Freude, sie dabei unterstützen zu dürfen. Wir haben eine wunderbare Broschüre gemacht. Mit einem meiner besten Mitarbeiter, Tobias Kraft, ist heute auch da, dem ich viele dieser Projekte durchgeführt habe. Und das hat angefangen als ein Studierendenprojekt. Denn es ist mir wichtig, dass ich meinen Studierenden in vielfältigen extracurrikulären Projekten immer wieder anbiete, Wissenschaftskommunikation zu betreiben. Hier sind zwei meiner Studierenden helfen mir bei einer Dokumentation fürs ZDF. Wir haben eine Redaktionsgruppe für die Gesellschaft für Informatik, den Informatikradar. Und wir haben jetzt gerade eine Gruppe gehabt, die für die Bundeszentrale für politische Bildung ein Fachkonzept gemacht hat. Also hier geht es auch schon weiter. Und glücklicherweise habe ich inzwischen Unterstützung. Es gibt sie inzwischen, die AI-Journalisten und Journalistinnen. Ich möchte insbesondere nennen Manuela Lenzen mit ihrem Buch Künstliche Intelligenz, selber Philosophin. Christoph Kuglik, der Chefredakteur von GEO mit die Granulare Gesellschaft, was wir bis heute in jedem Einführungsjahrgang für die Sozioinformatik verwenden, weil wir es so toll finden. Eva Wolfangel ist gerade zum European Science Writer geworden, schreibt sehr gute Artikel über Künstliche Intelligenz. Da können Sie sich immer gut informieren. Und auch im Radio gibt es viele, die sich eingearbeitet haben, zum Beispiel Maximilian Schönherr. Kann ich mich jetzt zurücklehnen? Kann ich wieder in mein Elfenbeintürmchen? Würde ich ganz gerne. Aber naja, auch wenn super viele Frauen inzwischen dazugekommen sind. Hier, Theresa Hannig möchte ich Ihnen noch kurz vorstellen. Buchautorin mit zwei wunderbaren Büchern zum Thema Maschinelles Lernen und Entscheidungen durch Maschinen. Kann ich Ihnen sehr empfehlen jetzt für die Sommerferien. Saskia Esken ist selber Informatikerin, ist als SPD-Bundestagsabgeordnete für diese Themen zuständig. Carla Rustet haben Sie kurz im Film gesehen, ist bei der Bertelsmann Stiftung und leitet das Algo-Ethik-Team mit ganz vielen tollen Projekten. Nathalie Hellberger, eine Kollegin aus den Rechtswissenschaften und Judith Simon, eine Philosophin von der Fakultät für Informatik in Hamburg. Und es gibt mehr als 80 Frauen, die zu diesen Themen sprechen. Also fast könnte man sich ein bisschen zurücklehnen und sagen, so jetzt ist doch gut. Aber naja, es ist nicht nur das Was und das Wie. Und das sieht man im Moment insbesondere an dem Thema Klimakatastrophe, wo es uns allen so schwerfällt, selbst mir als Wissenschaftlerin zu sagen, was ist denn jetzt das richtige Klimamodell? Wem kann ich vertrauen? Warum gibt es immer mal wieder eine Studie, die was anderes sagt? Und wenn das selbst eine Wissenschaftlerin sagt, die den Betrieb kennt, dann merkt man erst, wie viel Vertrauen wir von unseren Mitbürgerinnen und Mitbürgern einfordern, wenn sie uns glauben sollen, dass das, was wir in der Wissenschaft machen, richtig ist. Und zur Klimakatastrophe gibt es vor allen Dingen Katharina Theis-Brüll, die mir besonders gut aufgefallen ist, weil sie ihr persönliches Hobby, das Zeichnen, benutzt, um die Modelle dahinter verstehbar zu machen. Das macht sie ganz toll, macht sie ganz viel, auch auf Twitter. Und man sieht eben, dass es manchmal nicht ausreicht, einfach nur das Was und das Wie aufzubereiten, sondern manchmal braucht es auch das Wer. Und ich persönlich habe sehr profitiert von Kolleginnen und Kollegen, die ihre Wissenschaft in allgemein zugänglichen Büchern präsentiert haben, insbesondere Dietrich Dörner, Gerd Gigerenzer, der hier auch schon ausgezeichnet wurde, was mir eine besondere Ehre ist, weil er wirklich ein wissenschaftliches Vorbild ist für mich, Dan Ariely, Albert Laszlo-Barabaschi und Guy Deutscher. Das sind exemplarisch fünf Wissenschaftler, die mir näher bringen, wie ihre Wissenschaft sich für sie anfühlt und die mich teilnehmen lassen, die mir ihre Begeisterung zeigen und zeigen, was es heißt, zu forschen. Ja, wir fallen hin, ja, wir machen Fehler, ja, es gibt auch Personen, die wirklich bösartig Fehler machen, aber die mir zeigen, es ist das Wert und du kannst mir vertrauen. Und das habe ich in meinen Bewerbungsunterlagen noch nicht geschrieben, aber im Oktober werde ich mich in diesem Bereich auch ausprobieren. Also das Wer ist halt auch wichtig. Wir brauchen vertrauensbildende Vorbilder, die eben zeigen, wie diese Wissenschaft von innen aussieht. Und da muss man sagen, gibt es nicht so viele Informatikerinnen und Informatiker, die uns mal reingucken lassen in ihrer Arbeit. Zusammenfassend also. Ja, Wissenschaftskommunikation ist wirklich fundamental für Gesellschaft, für informierte Entscheidungen und auch, um so jemanden wie mich, vor 40 Jahren in die Wissenschaft reinzuziehen. Denn das wäre bestimmt nicht passiert, wenn ich nicht diese wunderbaren Sendungen und Bücher alle gelesen hätte. Ich glaube, dass es darin wirklich einen wichtigen Platz gibt für aktive Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und würde mich freuen, wenn insbesondere mehr Kolleginnen und Kollegen aus der Informatik sich hier deutlicher noch zu Wort melden würden. Ich persönlich verdanke, dass ich heute hier stehe, vor allen Dingen meinem Mann, der mich immer wieder freistellt für all meine Vorträge und sonstigen Projekte. Ich widme diesen Preis aber meinen Eltern, die als Journalisten mir schon früh gezeigt haben, wie man schreibt. Und meine Mutter war auch Lehrerin und hat mir gezeigt, wie man erklärt. Deswegen geht der Preis an euch. Papa heute stellvertretend für euch beide hier. Vielen Dank. Aber mein letzter Satz geht an all die Profis da draußen, die uns helfen, Wissenschaftskommunikation zu machen. Und ich möchte diese Bühne nutzen, um an ihre prekäre Situation zu erinnern. Viele von Ihnen sind nur in Projekten, die jeweils ein bis zwei Jahre von Landesregierungen oder Bundesregierungen gefördert werden. Wenn Sie wollen, dass hier immer wieder jemand steht und sich für Wissenschaftskommunikation begeistert, dann müssen wir als Gesellschaft dafür sorgen, dass es beständigere Finanzierungsformen für die Wissenschaftskommunikation gibt. Vielen Dank. Klaus Feig, einfach noch mal auf die Bühne. Jawohl, meine Damen und Herren, es geht Richtung Ende. Ich habe vier Sachen noch zu sagen. Das Erste ist herzlichen Dank an Katharina Zweig für einen ganz großartigen Vortrag und für all das, was sie tut. Aber eben auch herzlichen Dank für alle, die hinter den Kulissen und vor den Kulissen und so weiter diesen Abend hier möglich gemacht, unterstützt haben. Licht und Technik, Musikorganisation, DFG-Geschäftsstelle und so weiter. Ganz herzlichen Dank an alle für das Engagement. Vielen Dank. Vielen Dank.